Jetzt schauen wir aber einen Beitrag an, und zwar präsentieren wir die Youngsters. Das sind das Zina Tomer, Sarina Jentzer und Kerstin Ullmann, die hier um die schönen Hotels der Schweizer ein RACE organisiert haben. Und unser Kameramann hat sich versucht, ihre Fersen zu heften. Zina Tomer, komme aus Elsau und bin 21. Kerstin Ullmann, aus Nido und bin 20. Ich bin Sarina Jentzer, komme aus Bremengarten und bin 24. Am OL fasziniert mich die Herausforderung, so schnell zu rennen, dass aber der Kopf immer noch klar bleibt, um Karten zu lesen. Mich fasziniert am OL, dass es immer eine neue Herausforderung ist und dass man jedes Training oder an jedem Wettkampf eine neue Aufgabe bekommt, die man möglichst gut lösen muss. Mich fasziniert am OL die Kombination zwischen Laufen und Orientieren, aber auch zu draussen sein in der Natur. Ich bin durch meine Eltern gekommen und seit der WM 2003 in Rapperswil hat es auch mich selber gepackt. Zum OL bin ich durch meine Eltern gekommen, weil sie mich immer mitgenommen haben und irgendwann hat es mich dann auch selber gepackt. Mein Traum ist irgendwann das Gefühl, das ich an der Junioren-WM 2014 hatte, als ich auf dem Podest gestanden bin, wieder einmal erleben zu dürfen. Mein Traum ist der Anschluss an die Weltspitze und den Podestplatz an einem internationalen Anlass. Mein Ziel ist der Gewinn der WM-Medaille in den nächsten zwei, drei Jahren. Mein Traum ist ein von Unsicherheit und die Welt. Und dann bin ich noch genau in die Welt. Musik